Ich muss den irgendwie getötet kriegen. Kann ich den auf der ganzen Strecke töten, wenn ich das hinkriege? Stirb der bis zum Anfang? Oh, der hat zwischendurch nicht gebrannt. Hat trotzdem geklappt, okay. Das ging. War aber knapp, war wirklich knapp. Wenn ich das jetzt mehrfach machen musste, sieht das ziemlich nervig. So, eigentlich muss ich nur dafür sorgen, dass hier und hier lange welche drauf sind. Klappt doch! Fantastilös! Was muss ich hier mitmachen? Ah, scheiße, ich kann da nicht rüberspringen. Ich hab keinen. Ah, das ist natürlich saubitter. Ja, jetzt schieben sie die Kiste da drauf. Das bringt mir aber halt gar nicht. Ah, die schieben sich aber gegenseitig gegeneinander. Dann kann ich dich hier wegmachen. Nein, dich darf ich nicht wegmachen. Dich muss ich aber wegmachen. Obwohl, ich muss dich eigentlich gar nicht wegmachen. Moment, sonst... Ah, jetzt kommen die wieder zurück. Das ist natürlich fragwürdig. Inwiefern das so gut ist. Ja, geht einfach nicht gut gehen. Ich muss halt nur sterben. Braun... Braun hab ich auch nicht, ne? Braun, kein braun, kein grün, kein blau. Wie soll ich denn dann da drüber kommen? Wahrscheinlich muss ich die Kiste da unten hinstellen und dann da drauf springen und dann da weiterspringen. Hört sich gut an, oder? Ich finde, das hört sich gut an. Okay, das hört sich vielleicht doch nicht ganz so gut an. Fuck! Oh nein! Okay. Aber ich glaube, das ist richtig. Das kriege ich hin. Das ist halt ein bisschen schwierig schon. Seht ihr? Das ist sauknapp. Das ist sauknapp. Oh, mal gucken, ob ich das nochmal jetzt so gut hinkriege wie gerade. Ja, siehste. Ich hätte mich vorhin da ein kleines Stückchen nicht gemacht oder nicht schnell genug drauf oder... Ach, was weiß ich. So, jetzt dieses Rätsel. Ja, es geht nur darum, dass die lange hier draufbleiben. Also müssen die da lange und da lange. Und dazwischen eigentlich wieder schnell, möglichst, ja. Jawoll. Jetzt muss ich nur warten, dass da hinten wieder einer drauf geht. Und da ein bisschen runter wieder. Ja, scheiße. Da sollen die halt nicht mehr lange drauf sein. So, fantastisch. Geht auch schon. Machen wir hier erstmal alle weg. Je mehr weg, desto besser. Okay, sobald ich nach links gucke, frisst die Blumen die weg, weil die dann mit im Dingens ist. Super, du auch noch weg. Wie viele sind da jetzt noch? Hier nur noch der eine. Wie mache ich den hier? Obwohl, nee, noch besser. Kann den ja super da einfach festpinnen. Hä? So, folgendermaßen. Zack. Da kommt er nicht mehr weg. Jetzt kann ich das hier weg. Hab ohne Ende Zeit, das auszuprobieren. Und zack, bin ich drüben. Jetzt bitte ein Checkpoint. Jawoll. Okay, hier muss ich gleich runterspringen mit grün. Das sehe ich so schon. Diese Absteiger muss ich jetzt... Fuck. Fuck. Ob ich das schaffe? Aber ich hab da ja gerade ein Checkpoint gehabt. Also... Nein, das war schon mal doof. Egal, ich hab ein Checkpoint. Gar kein Ding. Okay, ich sollte vielleicht da gar nichts hinsetzen, damit ich nicht so hoch springe. Ich muss ja da drauf kommen. Aber da drauf brauche ich Flutschi. Ich springe da immer gegen. Ich muss früher springen. Aber schaffe ich das dann noch? Das ist die Frage, ne? Hä? Alter! Das Ding ist größer, als es gezeichnet ist. So was nervt mich so ein Spiel. Man hängt einfach schon früher fest. Man hängt schon fest, bevor man dagegen kommt. Also man wird früher geblockt, damit das nicht funktioniert. Weiß nicht, kann ich die hier alle gegen die Wand pinnen? Dich bin ich da schon mal gegen die Wand. Gehen wir hin. Ja, die wollen nicht weiter als bis dahin. Okay, muss man akzeptieren. Dann gehen sie halt nicht weiter als bis dahin. Aber ich muss ohnehin da oben rüber. Da unten ist halt erstmal gar nichts mitzutun. Das ist nur so. Ach, guck mal, versuch mal nach oben lang zu laufen. Dann bist du vielleicht tot. Aber wie komme ich einfach drauf? Oder ich muss das so machen. Was könnte ich mir vorstellen? Oh nein. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Weil ich von unten gegen die Stacheln gesprungen bin? Wollte ich mich verarschen? Ich probiere jetzt erstmal ein paar Mal da drauf zu kommen. Überhaupt auf die Plattform. Das war nix. Okay, das lief auch nicht so gut. Ich kann mich auch nicht da oben an die Decke heften. Weil dafür sind die Dinger zu groß. Die Gänge sind halt schon so bemessen, dass man da nicht drauf kann. Falls ich's schaffe, kann ich ja mal direkt... Man rutscht da vorher weg! Als ob da eine unsichtbare Wand ist. Man darf da, glaube ich, gar nicht drauf. Da muss man aber. Wie soll man denn sonst da hinkommen? Siehste? Man rutscht da vorher weg. Das ist unfassbar. So vielleicht... Ne, schon wieder. Dann kommt er nicht weg. Okay, das... Ah, das wäre aber möglich. Dann kann ich die alle hier fest... Das ist vielleicht wirklich möglich. Kann ich nämlich auch die von da hinten holen? Weil nämlich... Ah, fuck, aber das geht. Dann können wir gar nicht wieder alle festklemmen. Das wird sehr geschickt... Das ist aufwendig, aber es würde möglich sein. So, und wenn ihr euch jetzt immer fragt, warum ich so lange an diesen Dingern hänge, die sind halt echt nicht so leicht. Und ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr die tollen Ideen schon vorher gehabt habt. Oh, ich dachte, der hätte mich... Könnte mich früher sehen. Weil... Das würde mich erstens so ein bisschen interessieren, ob ihr die Ideen früher gehabt habt. Und zweitens... Schreibt mir dann aber auch mal, ob die ganzen Ideen, die ihr hattet, vielleicht auch einfach falsch waren. Also, wie oft ihr Ideen hattet, die einfach falsch waren. Wo ihr sagt, probier das doch mal aus. Weil das kann halt... Fuck you! Das kann halt immer genauso gut sein. So. Ich glaube aber, damit kann das gehen. Ich glaube schon. Vielleicht muss ich mich auch da noch dran pinnen. So, locker auf jeden Fall. Erstmal hier alles schön glitchy. So, dich kann ich nämlich noch so kriegen. Das weiß ich. Den nicht. Der dreht sich immer vorher um. Der rutscht nur mit dem Rücken zu uns. Der auch nicht. Der aber. Ja, so. Der ist auch weg. Das ist schon mal nice. So, bei dem hier muss ich mir soweit keine Gedanken machen. Das ist keine Gedanken. Das ist halt eigentlich eher scheiße. So, nochmal... Vier weg. Obwohl... Kann ich nicht einfach so darüber? Natürlich kann ich das. So, und da mache ich die fest. Gleiches Spiel wie gerade. Ja. Eins. Bleibt der zweite. Der zweite auch dran? Der dritte auch? Ist ja der Hammer. Und jetzt verrecke ich an den Stacheln. Ich seh's kommen. Oh, fuck you. Oh, shit. Fuck, das wird nicht reichen. Ja! Ja! Und da darf ich reinspringen, ne? So, frostige Berge. Das Ende. Das Leere-Level-Board. Das wird echt krass bestimmt. Da muss ich jetzt schon wieder gegen die Leere kämpfen. Das wäre der Hammer. Muss ich wirklich wieder wegrennen? Ich muss doch gegen sie kämpfen. Ich muss sie doch vernichten. Die Leere wegboxen. Aber es wird einfach nur ultra heftig mit dem Wegrennen. Das ist halt immer genau passend jetzt. Da kann ich mich drauf. Fuck! Fuck! Nicht überschätzen. Zerquetscht. Das war überschätzt übrigens. Zum Glück wird die Leere nicht schneller auf meinen Farben. Das wäre sehr gemein. Das ist doch zum... Okay. Ich muss am Anfang schneller sein. Okay, da hätte ich die Blaufarbe haben sollen durch die Leere. Hier, ein bisschen länger. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm, 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 komm. Nein! Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich kann drauf. Nein! Ja, ich kann schon sterben. Das muss genau passen mit dem Timing. Sonst wird das überhaupt nichts. Beeilung, beeilung. Schneller, 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 schneller. Jetzt! Hat super gepasst. Super, jetzt! Ja! Ja! Okay, 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 komm, 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 komm. So, in aller Ruhe. Einfach drunter durch. Checkpoint. Okay, okay, das klappt. Was war das denn? Ich hab grad'n ganz fieses Geräusch gehört. Nein! Nein! Da war ne Blume oder so. Warum ist mein, ist mein Gefahr weg? Okay, das ist doch gemein. Geh runter! Ja, super, lass dich doch einfach ein paar Jahre Zeit. Ist ja nicht so, dass ich auf dich warte. Nein! Komm! Was war das? Was sind denn was für Geräusche? Boah, das schafft man sogar ohne. Das ist wieder Hammer, das wusste ich gar nicht. Aber irgendwie wird das weggesaugt. Na toll. Oh, ist braun und da ist braun. Da kann ich kein braun. Was soll ich machen? Was mach ich denn hier? Ich hab keine Ahnung, was ich tun kann. Kann ich die Kiste kaputt machen? Ist ne gute Frage. Ah, hier kann ich direkt drunter durch. Weiß ich jetzt. Nein! Oh, das ist so... Okay. Aber das Level mach ich locker noch fertig. Es wird hier nicht gequittet. Das Level ist auch gar nicht so schwierig. Aber halt, kleinste Fehler werden halt immer sofort bestraft. Sofort! Da bin ich doch grad drüber gekommen! Agh! Okay. Auf geht's. Nicht quengeln, Luca. Nicht quengeln. Boah, aber das Spiel lädt dann auch echt sowas von krass zum Quengeln ein. Ja! Erstmal rot ausprobieren. Brennt das von rot? Da muss ich braun. Braun gibt's nicht. Grün. Boing. Boing. Nicht boing? Ja, was soll ich denn machen? Ich kann ihn nicht wegschieben, weil ich kein Blau drunter packen kann. Ich kann ihn nicht verbrennen. Ich kann da nicht hochspringen. Oder wird das hier immer weniger? Das kann natürlich sein. Das ist es. Ich muss die ganze Zeit so springen. Von hier an. Weil. Wow, da muss ich aufpassen. Ja, ich springe immer höher. Boah, ist das. Das ist sau schwierig. Boah, da jetzt rüber zu kommen. Nein! Boah, das ist. Das ist. Das ist krass. Das ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Vor allem muss man ja immer noch, weil... Fuck. Weil der Bildschirm sich ja mitbewegt. Darum ist auch das Ding da. Ohne das Teil würde man das gar nicht schaffen. Wenn man über den ersten sonst nicht rüberkommt. Ich darf da nicht nochmal reinkommen. Ja, das war ein bisschen zu spät ausgestiegen. Das Teil zieht einem überhaupt erst hoch. Untertitelung des ZDF, 2020